Ich will jetzt nicht diese Art Künstler sein wie die 90er Jahre, nein, ich bin single. Ich frage unsere Assistentin, die Petra, um die Karte. Sehr gerne! Ah, vielleicht, ich weiß nicht, die Prinzessin, ich weiß nicht. Verkaufen wir den Hut, auch wenn es ein schwarzer Damenhut war, aber es war egal, es war der einzige, den er gehabt hat. Also man überlegt von den eigenen Kindern schon, was man spricht, oder? Ja, ja. Ich wollte wirklich tatsächlich keine Agentur haben, also absolut keine. Maßgeschneidert oder von der Stange? Ich bin der, was arbeitet, der ist der, was redet. Merken wir gerade, gell? Du weißt ja anscheinend genau, was Frauen glücklich macht. Aber nur im Film. Wie schafft man so diesen Point of Return? Also wir waren halt dann das allererste Mal bei der Single. Ja, ich habe im jungen Jahr meine beste Freundin an Leukämie verloren, deswegen hat mich das Thema Krebs immer wieder interessiert. Hallo, da ist die Prinzessin, Manny Brana, die Prinzessin. Ich glaube, die Schlagzeile kann man gar nicht mehr toppen, oder? Super, da haben wir eine schöne Bandbrette. So, jetzt breche ich ab, sorry Leute, ciao.